Oh mein Gott, Leute, wir sind gerade hier in so einem Bachtrunnen, Digga, und wir sind so hohe, Alter, heftig! Wir haben gerade so Stimmen gehört, so ganz komisch, so... Ich dachte so, Michael Jackson ist hier, aber nein, ich glaube, es ist schon Michael Jackson. Manche haben schon gesagt, das wäre hier so ein Geist da drunnen, aber wenn ich ehrlich bin, glaube ich das nicht so richtig. Hä? Also ja, ich zeig euch mal. Fick dich! Ey, ja, geht mit Irren mal besuchen auf Irren Dams, ne? Irren Dams, okay, ja. Ich habe zwei Kanäle, Irren Dams und Irren Dams. Okay, und wir laufen jetzt einfach weiter, und Leute, ich kann euch versichern, das ist kein Fake! Warte mal, wenn wir Gaslight sind, haben wir vielleicht noch die Stimmen, ich weiß nicht. Hört ihr das? Mauer nicht los, Mauer nicht los! Mach nicht los, mach nicht los! Mach nicht los, mach nicht los! Mach nicht los, mach nicht los, mach nicht los, mach nicht los, mach nicht los! Warte, das? Nein! Wo hört ihr die Stimme heute nicht? Ja, ich höre die Koffe nicht! Geht weiter! Das sind aber jetzt echte, das ist kein Fake, das ist kein Fake, Leute. Das ist kein Fake! Lauf weiter, lauf, 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 lauf! Hiiiiihiii! Das wollte ich jetzt, ich wollte Michael Jackson mal kurz noch mal! Ach, wirklich! Oh mein Kinnig, Digga! Oh nein, es wird ja noch nass. Willst du mich ficken? Ich traue mich der Land, und es wird nass. Oh, Digga, wollte ich mich alle ficken? Digga, füßt mir, Mensch, einen Arsch rum. Willst du mich ficken, oder was? Oh, hör auf, Alter. Du an, du schluss da, Alter. Oh, mein Gott. Dank euch, mein reingeschüffter Biber. Wer ist denn der Neger, den du nie im Dunkeln ließ? Ist der Irgendwo noch? Kai, Kai, wo bist du? Oh, mach da vorne, okay? Ich dachte, da kann ich da nicht. Okay, es ist rot. Oh, es ist so gut, wir sind losgetrappelt. Oh, Scheiße, es ist zu befassend. Okay, das waren die drei Rohre. Steh mal auf. Oh, mein Gott. Guck mal, eine geile Polizei. Jetzt hast du noch was? Oh, ich hab's über Wasser. Guck mal, wie krank das aussieht. Wie viele Fische jetzt nicht? Oh, zwei. Wie viele? Guck mal, wie viele Fische hier drin sind. Es sind so richtig viele Fische. So farben, hier sind so zwei Fische. Vorhin von mir hat fast Fisch gefangen. Ja, wir fangen hier ein paar Fische. Ich hab gefehlt, aber es ist so gruselig. Es ist so gruselig hier drin. Wir fangen ganz gechillt Fische. Ja, komm, wir fangen die Fische. Fische, Fische. Mach, mach da, da, da. Da, 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 da. Wohin, nick, nimm mal kurz mein Handy. Ich fang jetzt schon mit dem Fisch. Guck mal, leuchtet da, kommt die Fische. Ja, warte. Geh mal, was will ich jetzt hin? Hier, soll ich erst mal das Video abbrechen? Nein, 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 nein. Nicht? Digga, ist es nicht kalt. Ja. Mein Gott, komm. Das wäre eh was für dich. Was ist das? Oh, ich hab was für Fische an. Ja, auf jeden Fall. Ja, nimm mal dein Handy, wie du hier bist. Dann lege ich das jetzt hin, ne? Ja, das war jetzt erst mal mein Video und ja... Nicht bei mir? Ja, ich bin behindert. Ja... Es kommt noch ein Video... Das nächste Mal... Halt! Möchtest du mal auf den Fisch? Wenn du den nicht kriegst, gehen wir. Da holst du Fliege ein. Ha... Hab ich gesehen, okay der Fisch ist weg. Schwule Fische, Fische... Fischi, Fischi, Fischi... Oh Shit... Warte, das ist Bianca läuft hier... Nein... Bianca... Nimm mal lieber da, was denn da? Jetzt? Ja man, ich weiß ja nicht... Nur für Notfalls... Junge, sind die sich auf uns? Ja man... Nur für Notfall, ne? Also... Wo ist denn hier noch ein Fisch? Ich möchte einen fangen... Ja... Das ist... Hier... 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 Hör' ihn her... Oh, der ist schön... Der ist schön... Der ist schön... Ich schuchte es. Dominika. Dominik. Dominika. Dominikane. Du musst eine Krüppelhand. Du musst eine Krüppelhand. Das ist doch eine Krüppelkrankheit. Wir sind ja eigentlich behindert. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier. Und der Fisch ist irgendwie auch weg. Und wir werden jetzt einfach weitergehen. Ach du Scheiße, was mit dem Lichter war? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wo ist Kai? Warte, warte. Es geht wieder. Nur mein Handylicht geht. Nur mein Handylicht geht heilig. Es ist irgendeine Störung oder so. Shit, no shit, no shit, no. Das ist kein Fake, das ist kein Fake. Alle drei Taschenlampe gehen auf einmal so aus. Guck ich, was du gerade, ob die wieder angeht. Hört ihr es? Das geht einfach nicht. Oh, das ist mein Daumen. Ja, gerade so hellbar. Nicht die Taschenlampe hier. Okay, das geht nicht. Hört ihr es? Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist eine Störung oder so. Kai, Kai, was machst du? Bist du behindert? Und legst du dich hier hin? Keine Ahnung. Und legst du dich hier hin, Läger? Oh, die Taschenlampe geht wieder. Die Taschenlampe ist wieder. Die Taschenlampe, die Taschenlampe geht wieder.